Was ist CSR, dieses Kürzel ist heute in aller Munde? CSR, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Gesellschaft, weil damit das Unternehmen ein bisschen zurückgibt an die Menschen, für die es arbeitet. Es ist aber auch ein Geschenk an das Unternehmen selbst, denn es erhöht die Identifikation der Mitarbeiter. Deswegen lohnt es sich auch, in CSR zu investieren. Es ist eine Win-Win-Situation.